Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bestens ausgerüstet mit der topmodischen Textar-Scheibenkleidung geht die Jungmannschaft schon bald wieder in tiefen Schnee. Hier sehen wir gerade das kleine in einem herzigen Schneedress. Es ist einteilig und hat eine warme Kapuze. Es ist also rundum vor Nässe und Kälte geschützt. Hier sehen wir ganz schicke Ski-Jacken im warmen Down-Look. Bei diesem Modell kann man sogar auch die Ärmel rausnehmen. Zu den gleichen Ski-Jacken, er trägt sie jetzt gerade ohne Ärmel, gehören diese schnellen Ski-Hosen. Hinten sehen wir gerade, wie speziell hoch aufgeschnitten sie sind. Diese Rennhosen sind aus einem hochelastischen Material. Gehen wir gerade mal in die Knie, dann sehen wir es. Jawohl, hier sehen wir auch gerade noch die wattierten Knie-Schoner. Bei GOB finden Sie selbstverständlich auch noch Ski-Kappen und Ski-Hemdchen in ganz verschiedenen Modellen. Diese Textar-Kinderski-Bekleidung finden Sie in allen grösseren GOB-Centern und in den GOB-Warenhäusern. Und zwar zu Preisen, die für diese Schweizer Spitzenqualität einmalig sind. Die jungen Weltmeister fahren natürlich auf den Marken der grossen Vorbilder. Besonders günstig bei GOB sind die Jugendski-Set Rossignol und Fischerski mit montierten Bindungen von Salomon und Tirolia. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, GOB bietet Ihnen wieder alles, was man für den Ski-Plast für Kinder braucht. Und für den Après-Ski von unseren kleinen Ski-Kanonen, da hat GOB wieder ganz tolle Spielsachen bereit. Schaut doch einfach jetzt in den neuen GOB-Wienachtswunschkalender, den ihr dann gleich in eurem Briefkasten findet. Dort hat es ganz viele Wunschträume, die ja im GOB-Center oder im GOB-Warenhaus auch in Erfüllung gehen können. Diebstahl, Unfall oder Haftpflichtansprüche, das alles kann beim Skifahren auch einmal vorkommen. Eine GOB-Versicherung bietet Ihnen in solchen Fällen einen umfassenden Schutz und eine sofortige Hilfe. Besonders spezialisiert hat sich GOB auf die Lebensversicherungen. Diese bieten neben finanzieller Sicherheit auch noch eine Möglichkeit zum Sparen mit dem Drei-Stufen-Plan. Der Altersrente, der Risikoversicherung und so weiter. GOB ist auch bei den Versicherungen besonders konsumentenfreundlich. Durch den Sofortschutz. Vom Moment an, als Sie den Antrag unterschreiben, sind Sie voll versichert. Und trotzdem haben Sie eine fünftägige Bedenkfrist. Während dieser Zeit können Sie ohne Kosten von Ihrer Versicherung zurücktreten. Eine Leistung, die nur GOB-Leben bietet. Niederlassungen der GOB-Versicherungen finden Sie in der ganzen Schweiz. Denken Sie also daran, mit GOB-Versicherungen sind auch Sie sicher. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum GOB-Rezept dieser Woche. Haben Sie schon einmal eine Karottencremesuppe selber gemacht? Zugeben ist ein wenig mehr Arbeit, aber der Aufwand lohnt sich. Wir haben hier das Gemüse schon bereit gemacht. Rüebel, Haartöpfel, Siebel und ein Knoblauch. In einer Pfanne haben wir vier Esslöffel Angelöffel gegeben. Das Gemüse dazu gegeben, ein wenig Wasser dazu, Salz und Pfeffer. Und haben das Ganze weich kochen lassen. Jetzt streuen wir ein wenig Mehl darüber. Und dann kommt noch eine Mischung aus Wasser und Milch dazu. Nach 20 Minuten kochen auf kleinstem Feuer, durch eine Basseweite lassen oder im Mixer pürieren. Dann wird Rahm hineingeriecht, bis die Suppe cremig ist. Vom Feuer wegnehmen und ein Eigelb reinrühren. Zum Servieren streuen Sie ein wenig Peterli oder Schnittlauch auf die Suppe. Und geben vielleicht einen Toast dazu. Sie werden sehen, der Erfolg bleibt nicht aus. Das Rezept ist in der Co-op-Zeitung und ich wünsche Guten. So eine Suppe ist nicht schlecht nach dem Skifahren. Wir danken fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang die aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es Herren- und Bubenunterwäsche besonders günstig. Zum Beispiel ein Herrenslip Größe S bis L nur 5,90 statt 6,90. Und ein Bubenslip von 4,40 bis 6 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop. Alle Coop-Bohnenkaffee an 250 Gramm 60 Grappen günstiger und 500 Gramm 1 Franken günstiger. Ein Liter Coop-Erdnussöl statt 4,50 nur 3,95. Ein Beutel an 1 Kilo Goldstab Pommes frites statt 4 Franken, jetzt nur 3,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Kirschcake statt 3,40 nur 2,70. Und ein Schocko-Gugelhopf statt 3,50 nur 2,60. Vollwäschmittel Omo statt 16,50 nur 14,50. Vollwäschmittel Persil statt 13,90 nur 10,90. Und die Gewäbeverrädler Teddydus 4 Liter statt 5,50 nur 4,50. Auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!